Ich bin jetzt schon im Bufferback-Spring. Ich bin jetzt schon im Bufferback-Spring. Sauerbar. Sauerbar. Ey, was packst du denn noch, Alter? Sauerbar. Also nix mehr. Weißt du? Große Tür. Also komplett einmal durchs Netz. Da war die Elle bei. Wie sind die überhaupt? Restaurant? Ach ja, stelle doch hier so. Die Elle bei war noch oben, damit es muss wahrscheinlich auch Zeit sein. Mach auf. Pass auf, dass du dich nicht über links zurück rotiert, ne? Ja, der ist hinten im Vogelzimmer. Mhm. Gedrofft und Null, weiß ich. Boah, Digga. Fuck, du bist verletzt. Der kommt aber vielleicht nicht so. Schade. Außen Tür. Oh, jetzt war es den Blau. Ja, Drunk, Mann. Sehr schön, Digga. Sauber. Alter, wie bummst du mich denn? Ich bin unten rausgekommen. Okay, im Raum selber ziehen, ne? Leckray ist auf der anderen Seite der Züge. Max, du kannst in den Raum rein, wenn du rauskommst. Sorry, der ist komplett klar, oder? Nur auf Bust-Train bitte achten. Nein, und Cap auch auf der anderen Seite. Im Raum ist einer, im Raum ist einer. Eigentlich nur ein Volokam. Okay. Ein Fenster schiebt die Capp zu drehen. Ja. Lass sie mal kommen. Didn't go to the other side na komm rein uh, der war ja böse ach, links auch noch Wir sind in dem Container! What? Stop the Hostiles from securing the Container! Hm. ... ... ... ... geht aber nicht da unten in der lobby ich weiß, dass sie nicht da unten in der Bedeutung Das war's für heute. 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 Das ist gut. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.